Die Errungenschaften des Lebens oder einfach nur mit Freunden die Seele baumeln lassen. Dann gebe ich Ihnen einen Rat. Verlieren Sie nie Ihr gesamtes Vermögen und meiden Sie vor allem das Zahnrad. Mein Name ist Tim Todtsee. Ich war nicht der unlängst der erfolgreichste Werber Deutschlands, sondern habe auch ein perfektes Leben gegen den bescheidenen Landsins meines verschollenen Vaters getauscht. Unfreiwillig versteht es nicht. Heinz König, das ist ein Scherz. Aber damit nicht genug. Treff fürsorgliche neue Freunde. Mit einem des sicheren Gespür verstielten Etikette gab es gratis dazu. Mahlzeit. Sie werden es kaum glauben. Aber selbst ich als gebildeter, weltoffener Mensch konnte hier meinen Horizont deutlich erweitern. So durfte ich zum Beispiel erfahren, dass Pressefreiheit eine wichtige Errungenschaft ist. Heutzutage sind die Mädchen schon da grundschlussvoll entwickelt. Das ist richtig. Das sind die scheiß Hormone im Schweinefleisch und nicht nur im Spielbild erst. Dass man in der Provinz vor Ort, Times und Trotz aufgeschlossen ist gegenüber der internationalen Küche. Zwei Kilo Schwenker für Holzbäller-Scheibe und eine Arschwoller-Patsche-Pimbel für den kleinen Hunger zwischendurch. Oder dass Harmonie stets ein Kompliment vorausgeht. Nein, fressen wir nicht! Das sind Sie hier da! Und zu guter Letzt, dass Freundschaft mehr ist als bloß Freundschaft. Engel rüber. Engel rüber. Engel rüber. Engel rüber. Engel rüber. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.